Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den iRest 2021 Massagesessel für den ganzen Körper. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Massagestuhl für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Massagesessel werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Massagesessel, Sinn und Zweck davon ist natürlich leicht erklärt. Hier kannst du nach einem stressigen Arbeitstag die Seele einfach mal so richtig baumeln lassen. Das ist wirklich der größte, größte Vorteil davon. Du kannst entspannen, du hast deine Ruhe. Und genau deswegen ist so ein Massagestuhl so eine feine Sache. Ist natürlich nicht das allergünstigste Möbelstück, aber dafür bekommst du auch einen hohen Grad der Entspannung, sodass sich das insgesamt betrachtet durchaus lohnen kann. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zu diesem Massagestuhl auch noch genauer anschauen. 3D-robotische Hände mit SL. I-Rest A303 ist mit weichen Rollen im Quad-Stil ausgestattet, um das Gefühl der menschlichen Hände zu imitieren. Kombiniert fünf manuelle Methoden zum Kneten und Klopfen, Chiatsu, zur Wiederherstellung des müden Körpers. Die Rollen folgen dem SL-Pfad vom Nacken bis zur Hüfte und schaffen ein tiefes Gewebeerlebnis für den gesamten Körper. Luftkompressionsmassage über den ganzen Körper. Der A303 bietet Airbag-Vervielfältigungen im Massagesessel. Die Airbags befinden sich im Schulter-, Arm-, Waden- und Fußbereich. Diese Kompressionsmassage hilft dabei, die Durchblutung im ganzen Körper weiter zu erhöhen, um Schmerzen und Verspannungen zu lindern. Zero Gravity. Diese Position reduziert das Gewicht der Wirbelsäule, reduziert den Blutdruck und reduziert die Belastung des Herzens. Stimuliert die Durchblutung an den Spitzen, erhöht die Tiefe und Wirksamkeit der Massage. Rückenheizung. Die Kohlefaserheizung in der Rückenlehne strahlt Wärme aus, um Kälte und Schmerzen zu lindern. Die Infrarotwellenlängen entsprechen den Wellenlängen des menschlichen Körpers, um eine bessere Wärmeaufnahme zu ermöglichen und fördert zudem einen schnelleren Stoffwechsel. Massagegerät mit Fußroller. Während die Reflexzonen-Massagerollen an den Fußsohlen arbeiten, wird die Luftkompressionsmassage die Verspannungen beseitigen, sodass ihre Füße erfrischt und erneuert werden. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Wie ich finde, ein Massagesessel, der sich definitiv nicht verstecken braucht, ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Massagesessel aus dem Hause EyeRest. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit, alles Gute und ciao! Danke für deine Aufmerksamkeit.